Die Schlacht von Katargo war eine Auseinandersetzung zwischen den arabischen Truppen des Kalifen Abed al-Malik bzw. seines Stadthalters Ansoin Ibn An-Numan und dem Byzantinisches Reich im Zuge der islamischen Expansion. Mit der Niederlage endete das byzantinische Exarchat von Katargo. Vorgeschichte Der erste Versuch einer Eroberung des Makrebs unter dem Kalifia zieht der erste, bzw. seines Stadthalters Uba Ibn Nafi scheiterte 685. Als der Kalifa Abed al-Malik den Bürgerkrieg um das Kalifat für sich und die Umayyaden entschied, ernannte er Assan Ibn An-Numan 695 zum Stadthalter von Ifriqia und befahl die Fortsetzung der Eroberung des Makrebs. Assan gelang zwar 697 die Eroberung des byzantinischen Karthagos doch sandte der byzantinische Kaiser Leoncioso umgehend eine Flotten-Expedition aus, um die Stadt zurück zu erobern. Der Flotte unter dem Drungaros Absimar und den Landungsstruppen unter dem Befehl von Johannes dem Patrizier, gelang es mit einem Überraschungsangriff erst den Hafen und dann die Stadt zu erobern. Assan stellte daraufhin im Frühling 698 eine etwa 40.000 Mann starke Armee in Kairo auf um Katagon erneut zu erobern. Die byzantiner versuchten mit Hilfe der verbündeten Berber ihre Garnison zu verstärken. In Erwartung der großen arabischen Armee nahmen die byzantiner sogar Kontakt mit ihren Feinden, den Westgoten und Franken auf. Lediglich der westgotische König Veschisa schickte 500 Mann zur Verteidigung, offenbar um mit geringem Aufwand die Südgrenze der iberischen Halbinsel zu sichern. Verlauf Als Assan 698 die Stadtmauern erreichte, begann er umgehend mit der Belagerung. Da sich die Bevölkerung sehr über die Eroberung seitens Byzans gefreut hatte, stellte er die Belagerten vor die Wahl, sich entweder zu ergeben oder zu sterben. Ebenso gab der byzantinische Kaiser seinen Generälen den Befehl, die Stadt bis zum Letzten zu halten oder zu sterben. Ausbrüche seitens der Byzantiner konnten von den Arabern erfolgreich abgewehrt werden. Offensichtlich gelang es den Byzantinern nicht, sich mit der Berbeanführerin Kahina, die den Arabern feindlich gesinnt war, zu einem Befreiungsschlag zu koordinieren. Schließlich gelang es Ansonibe in Annoman, die Stadt auch von der Versorgung durch Schiffe abzuschneiden und Katago schließlich im Sturm zu erobern. Die byzantinischen Befehlshaber und ein Teil ihrer Getreuen konnten sich vor der endgültigen Besetzung der Stadt über den Seeweg Richtung Kriter absetzen. Folgen Johannes der Patrizier wurde infolge eines Verschwörungsversuchs von Absimar ermordet. Nach der Rückkehr nach Konstantinopel usurpierte Absimar erfolgreich den byzantinischen Thron und war fortan als Tiberius der Zweite. Absimar bekannt Nach dem Sieg der Araber gelang es Ansoni jedoch nicht die einheimischen Berberstämme zu besiegen. So erlitt der Amnin eine schwere Niederlage gegen die unter ihrer Anführerin Kahina vereinigten Berber. Assan musste sich schließlich sogar in die Zyrenaika zurückziehen. Die Berber unter ihrer Anführerin Kahina konnten erst 701 in der Schlacht bei Tahaka besiegt werden. Da Kahina während der Flucht starb war der vereinte anti-islamische Widerstand der Berber im Maghreb gebrochen. Die Berber unter ihrer Anführerin Kahina